Geld, auf dem du wartest Hier geht es um zufälligem Geld, vielleicht zufälligem Geschenk von deinem Herzensmenschen. Vielleicht hoffst du, dass er irgendwie dir unter den Arm greift. Es wird kommen, wenn die Zeit ist dafür reif. Das bestimmt die Zeit, die obere Macht, nicht du. Es wird aber führen, dass du ein Gespräch, ein Streit darüber machst. Es wird dir gegeben, als Rat, bleib in deiner Energie, nutze die Energie, nutze die gute Zeit. Geh mit Powerphoros.